Zu dieser Zeit läutete der große Nordwesten die Saison der schönsten Landschaften ein. Einer landete in Lanzho. Besuchen Sie den Nachtmarkt von Lanzho. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg in die Chilien Mountain Prairie. Dann Ankunft in Giangu. Genießen Sie die wunderschöne Landschaft des farbenfrohen Dangxia. Tag 3. Besuchen Sie Yayu Gwan, das erste Xiongwan der Welt. Dann geht es zum Minsha Mountain und zur Crescent Spring. Reiten Sie auf einem Kamel durch die Wüste. Machen Sie eine Reihe von Dunhuang Flugfotos. Am vierten Tag spazieren Sie nach Dunhuang und besuchen die aufregenden Grotten. Es ist das ultimative visuelle Fest. Anschließend geht es zum Smeragsee von Dach Edan. Blendend.